Was haben unsere Industrie- und Handelskammer und Hochleistungssport gemeinsam? Nicht viel, würde man auf den ersten Blick vermuten. Um diese Frage zu klären, veranstaltete die IHK Magdeburg eine Podiumsdiskussion unter dem Motto Wirtschaft trifft Sport mit anschließender Vernissage. Die Diskussionsteilnehmer gingen unter anderem auf Themen ein wie die Bedeutung von Social Media für Sport und Wirtschaft, Kontraste von Basketball und Handball zum Fußball sowie die Talenteförderung. So erklärte Marc-Henrik Schmed, Geschäftsführer der Handballer des SC Magdeburg, die Arbeitsteilung in den internen Geschäftsstrukturen. Und wie das in vielen Unternehmen ist, da gibt es einen Kaufmann und da gibt es einen technischen Leiter. Und ich bin halt der Kaufmann bei uns und ich maße mir nicht an zu entscheiden, ob der linksaußen gut ist oder nicht. Das macht bei uns Bennet Wiegert, der ist nämlich auch mein Geschäftsführerkollege. Man muss wissen, was man kann, man muss aber auch wissen, was man nicht kann. Zur Frage über die Kompatibilität von Arbeits- und Familienleben gab Frank Menz ein wenig Aufschluss. Aber grundsätzlich ist es überhaupt nicht kompatibel mit Familienleben. Ich glaube, wir haben in der Bundesliga vielleicht immer so drei, vier Trainer, die ein intaktes Familienleben haben, sprich mit Kindern und derselben Partnerin oder Frau. Ansonsten gibt es das überhaupt nicht. Und selbstverständlich wurde auch das Thema Frauen in Sport und Wirtschaft diskutiert. Ein Beispiel für den sportlichen Teil brachte hier der Handball-Schiedsrichter Robert Schulze. Wir haben im Handball, kann man sagen, was das Schiedsrichterwesen angeht, frauentechnisch eine richtig gute Strategie. Zielsetzung ist bei den nächsten Olympischen Spielen, dass auch wirklich aus jedem Land Frauenschiedsrichterinnen mit dabei sind. Auch vom Thema angetan, zeigte sich Stefan Korneck, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Magdeburg. Wir konnten ja aufzeigen, dass in allen Bereichen, ob das im Schiedsrichterwesen, ob das im Spitzensport, ob das im Management ist, im Funktionärsbereich, wir mittlerweile genauso wie in der Wirtschaft sehr gut beraten sind, hier nicht nach Geschlecht, sondern schlichtweg nach Qualität Leute zu integrieren. Und da gehören Frauen zweifelsohne dazu. Ich würde sogar sagen, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial im Sinne des Sport, im Sinne des Leistungssports. Insofern macht es Sinn, hier noch ein bisschen mehr Fokus und Engagement reinzulegen. Abgerundet wurde die Veranstaltung von der Ausstellung Fotoart for Athletic des Fotokünstlers Dennis Wolf. Ähnlich wie seine Vorredner hat auch er großes Interesse am Sport und lässt sich durch diesen inspirieren. Ja, ich hatte ja selber meinen Sportraum damals gehabt, den ich früh an den Nagel hängen musste. Und ich liebe es einfach, Menschen vor der Kamera zu haben, die für ihre Sache brennen. Und dann letzten Endes im Fotoshooting treffen Leidenschaft auf Leidenschaft aufeinander und dann hast du dann Energie im Shooting und das liebe ich einfach. Und diese Energie findet sich in Wolfs Kunstwerken wieder. Mit einer eigenen Bildsprache bringt er seine Kunstwerke zum Leben. Die Verwendung von Bildbearbeitungsprogrammen spielt dabei eine zentrale Rolle. Es geht nicht nur um Sportler generell, bei Menschen, die bei mir vor die Kamera treten. Es geht mir darum, die Persönlichkeit der Menschen zu erfassen, sie kennenzulernen, sie wirklich wahrhaftig wahrzunehmen und das dann auf die Bilder zu transportieren. Und Photoshop bietet mir einfach die Möglichkeiten, die Grenzen der Fotografie eher zu überschreiten. Sachen zu machen, die nie so aus der Kamera kommen können. Ja, und dann natürlich meine persönliche Note mit reinzubringen, eine komplett andere. Und aber auch die Sportler noch in einem ganz anderen Licht darzustellen. Sachen machen, die ohne Aufwand nie zustande kommen könnten. Das müssen auch erfolgreiche Unternehmer. Ausdauer und Zielstrebigkeit sind Grundlagen des Erfolges. Es gibt also definitiv Parallelen, die Sport und Wirtschaft einen und die die IHK mit dem sportlichen Sektor verbinden.